Heute starten wir rein in eine ganz neue Sprint to Glory. Noch nie da gewesen in einer normalen SDG. Bei mir auf dem Kanal gehen wir rein, jetzt also hier mit dem mittlerweile etablierten Bundesligist aus Heidenheim, die nach dem Bundesliga-Aufstieg im Vorjahr eine überragende Premieren-Saison ganz oben im Bundesliga-Oberhaus gespielt haben. Grund dafür ist natürlich der langjährige Coach und eine absolute Legende, Frank Schmidt. Keiner ist länger im Amt als er. Man setzt immer auf ihn, ja, zu egal welcher Zeit, im Positiven wie auch im Negativen. Und eine Mannschaft, die im Kollektiv funktioniert, die individuell vielleicht auf jeder einzelnen Position nicht unbedingt zwangsläufig die Beste ist, die aber trotzdem tatsächlich, und das als kleines Wortspiel, mit Spielern wie Jan Niklas Beste plötzlich ganz andere Leistungen abruft und plötzlich auch ganz oben mitspielen kann. Aber auch das ist tatsächlich hier ein passendes Stichwort. Er zu Benfica Lissabon, wir haben Cesar zu Berliner Hertha, wir haben Kleindienst nach Gladbach und wir haben Dingci, der nur ausgeliehen war, mittlerweile jetzt von Bremen als Leihspieler fest nach Freiburg gewechselt ist. Und das alleine sind alle vier Spieler aus der Offensive und irgendwie hatte man sich so krass geschwächt durch diese Abgänge, dass es jetzt richtig schwer wird. Zumindest würde ich das behaupten. Trotzdem hat man den Auftakt auswärts beim 1. FC St. Pauli gewonnen, die aber auch nur in Anführungszeichen Aufsteiger waren. Und für uns heißt es jetzt, Kleindienst wird verkauft, genauso Cesar und auch Beste. Dingci werden wir natürlich auch die Laie abbrechen. Und dann werden wir einen kompletten Umbruch durchführen. Nicht nur mit diesen Spielern, sondern auch mit allen anderen, mit Frank Schmidt und eigentlich das typische Thema Fahndungsraster Herangehensweise vom 1. FC Heidenheim werden wir von Bord werfen und komplett auf junge Talente setzen. Und diese Mannschaft so weit bringt, dass sie irgendwann ganz oben in der Bundesliga steht, europäisch spielt und vielleicht auch einen Titel gewinnt. Ganz egal, ob national oder international. Ach, was ich noch ganz kurz vergessen habe, bevor wir jetzt so richtig rein starten. Ja, wir werden alle Spieler verkaufen oder größtenteils zumindest das, was natürlich möglich ist, werden dann alle Neuzugänge präsentieren. Wenn euch dieses Video aber gefällt, lasst du mir gerne natürlich auch hier selbstverständlich einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Das war es soweit von mir. Jetzt setze ich mich ran, das wird eine Zeit lang dauern. Für euch ist es aber nur ein Schnitt, ein Cut und dann bin ich gleich wieder da. Erstmal ganz kurz für euch, wir haben den Jugendscout geholt, wir hatten noch das Geld. Lars Hendricks, 5-Sterne-Erfahrung, genauso auch Einschätzung. Der geht für 9 Monate nach Deutschland und bringt uns hoffentlich den einen oder anderen Spieler entweder, vielleicht sogar für die Startelf, wenn nicht für die Startelf, dann eben für die Kaderbreite. Denn wir haben ja immer wieder Ausverkäufe und sind immer froh, wenn wir in der Tiefe einfach ein bisschen besser aufgestellt sind. Im Hintergrund seht ihr all unsere Abgänge. Wir haben hier unter anderem natürlich den Top-Transfer. Ja, Niklasbeste, 19 Millionen zu PSV. Das ist aber noch gar nicht so der Einzige, der über zweistellig bringt, sondern auch Tim Kleindienst, 11 Millionen. Also hier Vitus Eicher auch. Also es ist einiges passiert. Wir bleiben jetzt direkt mal mit dabei, denn all unsere Neuzugänge seht ihr hier. Hier, Alexander Arabena kam für 3,7 Millionen, ja, Weiterverkaufsgebühren. Wir haben ordentlich gepokert und haben geisteskranke Deals abgeschossen. Moises Ramirez, 6 Millionen. Dann Icalo Sada kam für 4 Millionen, den haben wir später aber wieder weggegeben. Gleich dazu mehr. Nico Melamed kam für 5 Millionen. Dann geht es weiter mit Adara Baicu. Ich hoffe, ansatzweise richtig ausgesprochen. Dann haben wir Barrero Martins. Es geht weiter mit Evan Ferguson, 12,5 Millionen. Der war mittlerweile schon zum KAA-Gent gewechselt. Dedic ist hier mittlerweile schon bei Juve gewesen. Kampfe 4,2 mit Omar Haktab Traore im Tausch. Hinten rechts also Neuzugang. Hinten links haben wir Björn Maier. Wir haben dann hier Eduardo Garesma für die Innenverteidigung. Wir haben Miretti ebenfalls Neuzugang von Juve fürs Zentrum. Und wir haben hier noch Mohamed Ali-Joe. 7 Millionen plus Icalo Sada. Das Ganze also im Tausch. Und genau deshalb haben wir den dann auch wieder weggepackt. Und das bedeutet also auch dann, das ist unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Vom Anfangskader ist wirklich niemand mehr übrig geblieben. Es war der erwünschte Umbruch, der richtig erfolgreich war. Und der hoffentlich auch Erfolg für uns sportlich bringt. Vielleicht nicht jetzt effektiv im ersten Jahr. Aber dann in Jahren Nummer 2, 3 oder 4. Je nachdem wie lange wir brauchen. Aber wir haben eine gute Grundlage. Wir haben richtig geile Spiele. Haben uns im Kollektiv verbessert. Und sind vor allem mit überall, Minimum, einem 82er Potenzial ausgestattet. Da haben wir sie also. Unsere Mannschaft, die sich dann doch recht prächtig entwickelt hat. Allerdings Melamed, der zum Beispiel sagt, ich möchte wechseln. Heißt, er bekommt eigentlich keine Einsatzzeit. Mal gucken, was der Co-Trainer da wieder so ein bisschen fabriziert hat. Wir haben dreimal die Null bei Ramirez. Die meisten Vorlagen. 8 bei Miretti, der so lange ausgefallen ist jetzt zuletzt. Also zumindest mal hinten raus mit 8. Da haben wir dann auch 8 bei Ferguson. 5 bei Mohamed Ali-Joe. Wir haben genauso auch Mohamed Ali-Joe. Gleichauf mit Evan Ferguson. Und 14 Toren ganz oben. Ja, der Top-Scorer ist eben er hier. Der Ihre hat 14 Tore, 8 Vorlagen, 22 direkte Scorer in 35 Spielen. Und ansonsten, was die Einsatzzeiten angeht, ist das hier so weit größtenteils gut. Aber Melamed, 24. Das ist natürlich zu wenig, weil, ja, hier, Nikola Dovedan 31 Mal gespielt hat. Und das ist wieder typisch. Aber es ist ganz egal. Die Entwicklung ist für uns in allererster Linie das Wichtigste. Und das ist so weit ganz gut. Auf der Tabelle stehen wir auf 13, haben 34 Punkte. 9 Punkte Vorsprung auf die Relegation. Sogar 12 auf den direkten Abstieg. Da trifft es Bochum und Augsburg. Und damit ist es mehr oder minder recht souverän. Nichtsdestotrotz sind wir weit weg von der typischen, ja, 40-Punkte-Marke. Runde 2 im Pokal ist die Einstiegsrunde für uns. Da gab es ein 4 zu 2 in dem Deutsche Bankpark bei Frankfurt. Also auch hier keine Chance. Manager-Rating ist im orangefarbenen Bereich. Heißt aber erstmal noch nichts. Denn wir sind 13. Weiter erstklassig. Haben einen Komplettumbruch hinter uns. Und können jetzt punktuell immer wieder die Position ausbessern, die wir eben ausbessern möchten. Mit insgesamt 33 Millionen auf dem Konto. Startbudget. Zum Auftakt der zweiten Saison werden wir auf jeden Fall zwei Positionen ändern. Und das ist die von Melamed. Denn der möchte weg. Und dann will ich ihm da auch nicht im Wege stehen. Und Ramirez hinten will ich auch ersetzen. Und vielleicht, wenn man beide im Tausch dagegen gibt, könnte man vielleicht auch da schon, ja, so zwei mitbeste neue Spieler für unsere Mannschaft auf jeden Fall dazu gewinnen. Denn beide könnte man schon so mit einem 80er Rating holen. Zumindest mal stand aktuell, meine Einschätzung. Vielleicht aber ist das auch etwas zu hochgepokert. Wir schauen einfach mal, ich will einen neuen Zehner, ich will einen neuen Torhüter. Und falls da noch was passiert, dann natürlich auch das. Aber erstmal ist das Prio Nummer 1. Ange Gomez kommt aus Lille. Ehemaliges großes Talent bei Manchester United. Vielversprechend. Nichtsdestotrotz, den ganz großen Sprung hat er noch nie geschafft. Aber er ist trotzdem tatsächlich nicht mehr nur das ewige Talent, sondern mittlerweile ein gestandener Profi. Das Ganze in der Liga A kostet uns 10 Millionen und eben Melamed im Tausch. Und ich hoffe, dass er als Ursprungsachter problemlos als Zehner umtrainiert werden kann. Und vielleicht auch jetzt schon eine 78 hat. Oder spätestens dann mit Positionswechsel auf eine 78 oder gar 79 geht. Und so haben wir noch immer 20 Millionen. Holen eine neue Nummer 1 noch immer. Heißt auch Moises Ramirez gerne im Tausch. Und das hier wird unsere neue Nummer 7. Ja, wie ihr es gerade schon mal gesehen habt. Ange Gomez nach Heidenheim. Wir haben André Lunin als neue Nummer 1. Auslaufender Spielervertrag kommt von Real Madrid. 23,5 Millionen. Moises Ramirez 14,7 zu Sporting Lissabon. Und dementsprechend haben wir jetzt hier einen weiteren Neuzugang. Und das sieht doch schon mal richtig gut für uns aus. Wir haben tatsächlich auch noch 10 Millionen. Vielleicht gehen wir hier mit dem nächsten schwächsten Spieler. Das ist in dem Fall eben hier Eduardo Quaresma. Der hat nur eine 76. Könnte man vielleicht auch mit einem Tauschstil verbinden. Dann wäre man da noch mal besser. Aber ich glaube schon, mit etwas Glück und vor allem keinem Verletzungspech oder so, könnte man am Ende der zweiten Spielzeit, also die jetzt dann anstehende und vor uns stehende, ja, die 80 im Kollektiv erreichen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich mich vielleicht damit verzockt hatte. 7 Millionen und Quaresma im Tausch. Das Ganze für Maxon Lacroix, der also hier mit einem auslaufenden Spielervertrag aus Wolfsburg kommt, hat ein 84er Potenzial. Mit dem Gehalt klappt auch alles. Wir haben dann auch noch Geld, um auslaufende Spielerverträge zu verlängern. Plus natürlich auch zu schauen, dass wir wieder den Jugendscout nach Deutschland rausschicken. Denn wir werden da einfach wirklich in Deutschland immer schauen. Denn auch Heidenheim ist ja gar nicht so unbekannt für ihre Jugendarbeit. Beziehungsweise gut, die Spieler sind dann meistens nicht mehr beim 1. FC Heidenheim, wenn sie ihr Profi-Nemüt machen. Aber sie haben halt irgendwie immer auch so ein bisschen den Hintergrund, dass man beim FCH mal gespielt hat. Und oftmals hat man ja dann doch auch irgendwo so ein paar Ansätze. Was ich ganz, ganz geil finde. Lacroix plus 2 besser. Also das ist tatsächlich dann auch wieder so unser Verdienst. Das große Ziel, wie gesagt, die 80 plus im Konditiv. Jetzt Entwicklungspläne, Jugendscout, auslaufende Spielerverträge, alles drum und dran. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und dann sehen wir uns am Ende der zweiten Spielzeit. Hoffentlich mit einem besseren Ergebnis als Rang 13 aus dem ersten Jahr. Es ist brutal absurd. Wir haben einfach trotz gleicher Tordifferenz und gleicher Punktzahl, aber aufgrund mehr geschossener Tore, Platz 4 innehalten können. Und das gleich auf mit dem VfL Wolfsburg. Ein Punkt vor Dortmund, zwei vor Leipzig, zwei hinter Leverkusen, acht hinter Hoffenheim und die Bayern mit nur einer Saison-Niederlage. Wir stehen da also oben mit 83 Punkten auf Platz 1. Wir spielen mit Heidenheim nächstes Jahr Champions League. Ist euch das bewusst? Und wir spielen nicht nur Champions League, sondern vielleicht auch den Supercup. Denn wir stehen im Finale des DFB-Pokals. Leipzig dort, unser Gegner. Unser Weg führte hier über ein 3 zu 2 in Hamburg. Ein 1 zu 0 auch gegen ein Team aus Hamburg, den 1. FC St. Pauli. Dann ein 3 zu 2 über Wolfsburg. Ein 3 zu 1 in Hannover. Und jetzt eben kommt Leipzig. Und da gehen wir gleich direkt jetzt einfach im One-Take mit rein. Können wir den ersten Titel holen im Olympiastadion? Denn Leipzig hat gegenüber uns, was die Champions League-Plätze angeht, in der Liga den Kürzeren gezogen. Vielleicht aber gibt es dafür die Revanche im Pokal. Ja, es ist Benjamin Jesko in Minute 11. Es ist das 1 zu 0, das verlorene Finale. Aber es ist absolut nicht wild. Denn wir stehen auf Platz 4. Und nächstes Jahr in der Champions League. Natürlich aber wollten wir ja auch Titel gewinnen. Nichtsdestotrotz, man muss das natürlich so ein bisschen abwiegen. Denn wir waren jetzt hier einfach im DFB-Pokalfinale. Wir sind 4. in der Liga. Wir schauen ganz kurz auf die Statistik. Sind 7 mal die 0 bei André Lunin. 9 Torvorlagen. Anke Gomes. Dann haben wir 8 bei Barrero Martin. 6 Miretti. 5 bei Joe. Den Rest darunter seht ihr auch. 19 Tore. Alexander Aravena. Plus 6 in einem Jahr. Und der war auch noch ein paar Wochen raus. Verletzungsbedingt. 17 Tore hier bei Ferguson. Und wir haben dann noch 12 bei Joe. Also 3 mal zweistellig. Aber auch 9-9 bei Anke Gomes. Ist wirklich super. Mit 18 direkten Scorer. In 38 Spielen ist er dann nahezu bei jedem zweiten Spiel erfolgreich. Zumindest wenn man den Durchschnitt berechnet. Ja. Es ist nur Lacroix, der nicht die 8 vom Gesamtrating hat. Und nächstes Jahr gehen wir dann wieder rein. Vielleicht werden wir Adarabacho, Lacroix und Barrero Martins ersetzen. Vielleicht auch Dedic. Ich kann es euch nicht sagen. Je nach Angebote. Je nach Budget. Also je nach Geld, was dann eben auf unserem Konto steht. Und genau um das rauszufinden, springen wir ins dritte Jahr. Verträge sind verlängert. Wir haben absolute Planungssicherheit. Und stehen völlig souverän mit dem 1. FC Heidenheim da. Okay. Es wird episch. Wir haben 80 Millionen. Und das für verhältnismäßig einen Dorfverein ist schon wirklich brutal. Bedeutet also auch jetzt, beide Innenverteidiger werden verkauft. Vielleicht beide Achter. Vielleicht auch noch Dedic. Vielleicht gibt es einen ganz großen Ausverkauf. Und wir gehen dann voll rein in auslaufende Spielverträge, um die Mannschaft noch weiter zu pushen. Die ist zwar gut. Für die Champions League aber würde ich jetzt nicht sagen, dass wir ganz oben mitspielen können. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und von daher Vollgas in eine hoffentlich richtig spektakuläre Transferphase 3.0. Was soll ich sagen? Es war absolut spektakulär. Ich sitze fast eine ganze Stunde an Sommertransferphase 3.0, weil wir jetzt eine Mannschaft haben, die plötzlich von einem der wohl absoluten Außenseiter in der Champions League ganz oben mitspielen könnte. Aravena 78 Millionen, Mohamed Alicou 105,1, Miretti 68, weiter geht's Adarabajo, irgendwie so 28, Ferguson 108, Dedic 36, Lacquad 32, Meier 47,5 und Archie Gomez über 50 nach nur einem Jahr weg. Leandro Barrero-Martins für 38 zu Hoffenheim. Und dann haben wir eingekauft. Und jetzt wird es absolut episch. Achtung, Ohren spitzen, Augen auf. Wir haben eine Mannschaft geformt, die sich sehen lassen kann. Wir haben Maikmann ja für 15,5 Millionen, mit André Lunin im Tausch als neuen Torhüter. Da haben wir Ashraf Hakimi, 44 Millionen, Ayd Nouri im Tausch, den wir zuvor eben hier geholt hatten, für 30 Millionen. Vivian auch für 31,1 Millionen geholt. Dann wieder dagegen gegeben eben hier bei Lucas Hernandez. Ne, stimmt gar nicht, bei Konaté für 42 Millionen eben noch Vivian dazu. Wir haben Ian Marzen für 28 als neuen linken Außenverteidiger. Gabri Vega kam für 38, der dann wiederum aber auch wieder in einem Tausch, die verwickelt war. Nicht hier bei Ruben Neves, der kam für 47, aber bei Nicolo Barrella 10 und Gabri Vega im Tausch. Dann haben wir Thiago Almada für 52, Donjen Mahlen für 50. Birk Heres für 79 und Christian Kühlwetter im Tausch. Plus eben noch Jadon Sancho für 49. Was für ein Spektakel, was für eine Sommertransferphase und vor allem was für eine richtig geile Mannschaft, die auf jeden Fall diese Gruppenphase überstehen kann, vielleicht sogar überstehen muss. Denn neben uns haben wir die Monegasen. A ist Monaco, wir haben Galatasaray und wir haben Red Bull Salzburg. Und damit eine absolut machbare Aufgabe. Ich denke, so wie es in der Reihenfolge hier ist, wird man qualitativ individuell auch aktuell aufgestellt sein. Von daher sind wir der Favorit, zumindest in der Gruppenphase. Werden dieser Rolle hoffentlich gerecht. Die Spieler können sich ja weiterhin bei uns noch ein bisschen entwickeln. Und dann hoffentlich so gegen Februar, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, mit ein bisschen Losglück, vielleicht auch dieses Jahr schon ganz oben mitspielen, was die Champions League angeht. Wer weiß, es ist zwar erst Saison Nummer 3 und die erstmalige Qualifikation, aber unserer Mannschaft traue ich alles zu. Gruppen zweiter aus sechs Spielen war alles zweimal jeweils dabei. Sieg, unentschiede, Niederlage. Ja, es war okay. Zum Auftrag haben wir daheim verloren, ja, in der Void Arena gegen Monaco. Haben dann unentschieden in Salzburg schlagen. Galatasaray mit 2-0 im Hinspiel und 3-1 im Rückspiel. Dann gibt es für uns eine Punkteteilung nochmal gegen Salzburg, wie auch nochmal eine erneute Niederlage über Monaco, die alle sechs Spiele gewinnt. Wir treffen jetzt auf Inter, während Monaco auf Atletico trifft. Ja, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Und von daher sind wir trotzdem, damit würde ich behaupten, ganz gut bedient. Punkteteilung also im Hinspiel. Donjen Mahlen eröffnet in Minute 23, dann binnen 13 Minuten dreht Inter das Spiel. Bastoni, Douglas Luiz und dann kommt aber nochmal Schumacher, der zuvor kam für Sancho tatsächlich. 73. Minute, 2-2 zu Hause, ist okay. Es gibt ja keine Auswärtsvorregel mehr. Von daher reicht uns ein einfacher Sieg, in Anführungszeichen, im San Siro. Nur ganz so einfach wird das natürlich nicht. Wir gewinnen das Spiel in San Siro. Jucares eröffnet kurz vor der Pause, kurz danach ist es dann Santiago Jiménez. Ich nehme zumindest mal an, dass das der Mexikaner ist. Dann sind wir in Unterzahl. Maier braucht 12 Minuten für eine Gelb-Rot. Wer ist denn eigentlich dieser Maier? Hä, ist das ein Stammspieler? Ah, nee, der hat jetzt Lucas Hernandez ersetzt, der eben, ja, gesperrt in diesem Spiel gefehlt hat. Das gleiche trifft Maier dann im nächsten Spiel. Und dann Almada, trotz Unterzahl, 86. Minute. Führungstreffer, Siegtreffer, Matchwinner. Mit einem 4-3 in der Gesamtwertung heißt es also Viertelfinale. Atletico war der Gegner im Viertelfinale und es ist ein 1-1. Wieder mal ist es also im Hinspiel ein Unentschieden und es ist 50-50 und es entscheidet sich alles im Rückspiel. Im Civitas-Wander-Metropolitano eröffnet Riquelme und Almada trifft wieder mal recht spät. Also auch den Argentinier können wir uns da wieder mal ein neues, ja, mal verlassen. Heißt also 1-1. Es ist okay. Ja, in der Voigt-Arena, jetzt vor eigenen Rängen, wollen wir natürlich dann hier das Halbfinal-Ticket buchen. Aber es ist natürlich hier noch gar nichts entschieden. 3-2 und damit reicht es und wir stehen im Halbfinale. Daniel Mahlen eröffnet. Vitinha verschießt dann einen Elfmeter. Mois Keeb zwei Minuten später Ausgleich. Dann Ruben Nevesch, dann Jörg Heres binnen elf Minuten. Vitinha dann wieder mal mit der Möglichkeit, diesmal nutzt er sich zwar nicht vom Punkt, sondern aus dem Spiel heraus. Aber er trifft, bringt Atletico für eine kurze Zeit nochmal ein bisschen Hoffnung. Bringt dann aber nichts gegen unsere hundertprozentige Effizienz in diesem Spiel. Und wieder mal ist es eine ganz enge Kiste. Ich glaube, ist es wieder ein 4-3. Also war es auch gegen Inter ein 4-3? Ja, ich glaube, es waren 2-2 und dann 2-1. Also zweimal heißt es 4-3 in der Gesamtwertung und zweimal heißt es, wir sitzen am längeren Hebel. Wieder mal Punkteteilung. Wieder ein Unentschieden. Und es ist Manchester City hier, als unser Gegner Rodrigo eröffnet. Minute 37. Dann Jörg Heres. Ne, wobei, stimmt gar nicht. Wir haben eröffnet. Ruben Nevesch, dann Rodrigo, dann Jörg Heres. Und dann ist es Kabouret, der Rechtsverteidiger. Also ein 2-2. Heißt, dem Etihad ist vielleicht City leicht favorisiert, weil sie eben die Fans im Rücken haben. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir natürlich irgendwie aufgrund, ja, vielleicht der leicht bevorteilten Auswärtssimulation das Ding hier in Richtung Finale schaukeln. Alle guten Dinge sind 3. Und wir glänzen wieder mal mit unserer Effizienz. Phil Foden Minute 8. Frühführung für die Citizens. Dann aber Marlen und Jörg Heres. Braucht keine 10 Minuten. Doppelpack, Doppelschlag, Führung, Spiel gedreht. Und erneut ein 4-3 in der Gesamtwertung. Let's go! Was haben wir bitte für eine geile Truppe? Ich bin sehr gespannt. Im Finale wartet der FC Barcelona, die Paris Saint-Germain also je nach 3-2 in der Gesamtwertung geschlagen haben. Davor gab es für die Katalanen ein 4-1 über Manchester United und im Achtelfinale ein 3-1 über die Bayern. Also, sie haben bereits der deutsche Mannschaft geschlagen. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Für uns geht es jetzt nicht mal mehr um den Meisterschaftskampf, denn wir haben 8 Punkte Vorsprung bei noch 6 offenen Punkten, die es maximal zu vergeben gibt. Und dann heißt es voller Fokus auf das Spiel gegen Barca. Wir schlagen Pauli 2-1 und beenden die Saison im Rheinenergiestadion mit einem 1-1. Was aber völlig ausreichend ist, denn wir sind deutscher Meister. Hier dann nochmal offiziell mit 80 Zählern und nur zwei Saison-Niederlagen. Ja, mit Abstand die beste Defensive und nach Dortmund auch die zweitbeste Offensive. Abgestiegen ist Hertha, Hannover. Pauli muss in die Relegation. Der DFB-Pokal geht in dem Fall an Frankfurt, die Viktoria-Köln im Finale schlagen. Für uns war direkt gegen Frankfurt tatsächlich Endstation, aber wir können immerhin sagen, dass wir gegen den Finalisten verloren haben. Unsere Mannschaft in Bestbesetzung, keiner fehlt. Okay, was für eine krasse Entwicklung. Haschra Vakimi kann ich den mittlerweile als rechten Außenverteidiger umtrainieren. Ich hoffe doch, dann geht der vielleicht auch nochmal hoch. Genauso ist es. Ansonsten heißt es für uns, ganz kurz auf die Statistik blicken. Da haben wir mal ein Jahr mit 10 Spielen zu 0. Wir haben 9 Vorlagen, Barella, aber auch Sancho. Und wir haben insgesamt 29 Tore für Keires, 14 Barella und 12 Armada. Plus 11 Tonjel Mahlen. Viermal zweistellig. Gespielt wird, das seht ihr auf der rechten Seite im Estadio. Santiago Bernabeu gegen Barca. Und das ist folgende Startelf. Testegen, Balde, Mince und Delic, die ehemalige Bayern-Innenverteidigung. Jetzt also hier in Barcelona. Raucho-Rechtsverteidiger Thomas Pate, davor Chalanolo und Petri. Rechts Raffinia, links Ferran Torres und vorne Evan Ferguson. Ehemaliger Spieler von uns, der zu Barca transferiert wurde. Oder ist der woanders von uns hin und jetzt dann mittlerweile zu Barca? Ich kann es euch schon gar nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall spielen wir in Weiß gegen Barca hier in Blau und Rot in deren Vereinswarben. Und das Ganze auf Ultimativ. Ich habe Bock und für euch gibt es die Highlights. Folge aus Fußball, das ist die Devise. Ich denke, das trifft aber auf beide Teams zu. Wir also von links nach rechts. Barca hat Anschluss. Und wie gesagt, gerade schon mal angesprochen, die Highlights gibt es für euch. Und ich hoffe, es gibt einige davon. Es darf gerne auch auf beiden Seiten Highlights geben. Solange die Mehrzahl oder die ganz erfolgreichen und effektiven Highlights dann für uns sind. Für das Team aus Deutschland. Jetzt aber erstmal Ferran Torres. Meitmann, ja, der ist nicht ganz sicher. Wir reiten das Ding fast selber ins eigene Tor. Und haben dann ganz viel Glück. Absolutes Zohu-Baboh im eigenen 5-Meter-Raum. Aber die Chance ist vielleicht auf der anderen Seite auch da, wenn wir hier vorbeikommen. Sechs Minuten. Barca wurde direkt mal brandgefährlich. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe. Und müssen jetzt gucken, dass wir in der Offensive stattfinden. Aber wenn das gelingt, dann muss man mit uns zu jedem Zeitpunkt rechnen. Kykeres auf Malen funktioniert nicht. Aber auch wir gehen ein bisschen tiefer in die gegnerische Hälfte ein. Da haben wir jetzt Almada verletzungsbedingt aktuell ein bisschen zurückgeworfen. Macht er Tropfen gut. Schon prüft der Stegen. Also, jetzt auch erst eine richtig dicke Möglichkeit auf unserer Seite. Hube Neve steht beim Eckball. Vielleicht auch Standardzone-Sache heute. Schlüssel zum Erfolg. Bisher noch nicht. Das war nicht ganz so erfolgreich von Ibrahim Akonaté. Aber trotzdem. Die Präsenz im gegnerischen 16er ist auch jetzt am Start. Und genau das wollen wir ja sehen. Sancho, Jadon, Sancho, Weltklasse. Aber noch besser mag André Ter Stegen. Schöner Ball im zentralen Mittelfeld. Überall Raucho hinten rechts und dann alleine auf Sancho. Und er tankt sich da durch. Macht das gut. Barca ist jetzt auch ein bisschen unter Druck. Waren aber auch schon wieder vorne bei uns. Auch das darf man auf gar keinen Fall außer Betracht lassen. Es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Chancen auf beiden Seiten. Und je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt. Wenn es so bleibt wie jetzt, dann könnte wirklich der einzige und vielleicht erste kleine individuelle Fehler dafür sorgen, dass das Team dann eben, die den Fehler nicht begeht, die Champions League schon gewinnt. Da ist die erste Lücke und da ist das Tor. 40. Minute. Barca führt. Torschütze ist Rafinha. Wir sind zu weit weg. Hier Fehler im Aufbau. Und dann ist das die Balleroberung. Und hier der perfekte Schnittstellenpass. Da sind wir auch einfach viel zu weit weg. Nicht sortiert. Konaté weder in der Innenverteidigung mit Hernandez, noch ist hier irgendwie Ian Marzen in greifbarer Nähe. Und somit ist es Barca mit der Führung abgezeichnet. Kann man jetzt nicht zwingend sagen. Aber ich glaube, das könnte man auch nicht sagen, wenn wir mit 1 zu 0 in Führung gegangen wären. Aber es ist halt eben jetzt die Führung, die keinesfalls unverdient wäre. Oder unverdient ist. Aber genauso wenig wäre es ja unverdient, wenn wir eben das erste Tor geschossen hätten. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Es ist ein 50-50-Spiel. Und das ist es vielleicht auch weiterhin, wenn wir jetzt eventuell auch mit der nächsten Möglichkeit zum Torherfolg kommen. Da ist dir Keeres. Da ist der Abrallung. Da ist der Stegen. Und dann leider das Abseits. Aber es war wieder brandgefährlich. Die Chancen sind da. Barca jetzt mit einer richtig guten Phase. Wir müssen aufpassen in Aluminium. Das ist Petri. Und das ist jetzt mittlerweile die dritte oder vierte richtig gute Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit. Wir sind da von hinten gar nicht mehr rausgekommen. Wurden nahezu belagert. Und jetzt ist es wieder der nächste Ballverlust. Aber wir haben das Glück. Und Almada bleibt dran. Dann unten Shane Sancho in der Mitte. Und vielleicht kriegen wir noch ein Zweiter. Aber nee, da ist dann keiner mehr, der anspielbereit ist. Raus auf Aschraf Hakimi. Dann vielleicht eins zurück für Daniel Mahlen. Und dann mal in den 16er. Und dann vielleicht spitzer Winkel. Und wieder finden wir unseren Meister in Marc-André Ter Stegen. Der ein überragendes Spiel macht. Und Barca natürlich auch hier immer wieder vor Toren schützt. Kirk Heres kommt zum Kopfball. 62. Minute. Da muss Ter Stegen nicht ran. Wir kriegen es noch nicht hin. Aber wir haben noch eine gute halbe Stunde. Zuzüglich Nachspielzeit wird es wahrscheinlich, ja, wirklich eine halbe Stunde. Jetzt Barca, jetzt das Tor und vielleicht die Vorentscheidung. 69. Minute. Ja, und ihr merkt, bei mir ist die Euphorie, die Hoffnung jetzt eigentlich komplett im Keller gegangen. Aber es ist auch egal theoretisch, wie es ausgeht. Ja, Evan Ferguson trifft also gegen uns, seinen ehemaligen Arbeitgeber. Wir haben die Meisterschaft geholt. Wir waren im Pokalfinale. Und ihr meintet ja auch ganz häufig in den Kommentaren, wir müssen nicht immer die Champions League gewinnen. Und das finde ich auch cool, denn das bringt noch so ein bisschen Abwechslung. Jetzt aber erstmal Almada. Und dann bin ich hier vom Controller-Krüppel abgerutscht. Ansonsten wäre vielleicht der letzte Schritt auch noch nach unten gegangen. Egal, wir probieren es, ja. 18 Minuten. Ich glaube, im Fußball kann jederzeit immer und, ja, jederzeit alles passieren. Von daher einfach dranbleiben. Gucken, Gas geben, das Beste draus machen. Jetzt haben wir vielleicht die nächste Möglichkeit unten mitgelaufen. Der Pass ist Weltklasse. Der Kopfball ist dann aber nicht so gut, dass der Verteidiger, Matthäus der Licht, nicht mehr rankommen könnte. Der Stegen hat das Ding. Dann eine Viertelstunde noch. Barca ist auf dem besten Weg, die Champions League zu gewinnen. Außer wir tanken uns jetzt mal durch. Gekeres, der ist jetzt vor Ter Stegen, aber dann im letzten Moment Raucho dazwischen. Und auch da wird er im letzten Moment gehindert dran, das Ding problemlos einzuschweißen. Och Mann, es soll heute nicht sein. Aber egal. Ja, auch das gehört natürlich zu Fußball dazu. Was macht denn Conaté jetzt mit diesem Pass? Keine Ahnung, wo die Kugel hin sollte. Die Chance kurz vor der Pause. Das war sie eigentlich. Und ich wollte nicht auf den Spieler spielen, der da dann den Abschluss hatte, sondern vielmehr, ich glaube, noch ein zweiter Leiten. Das hat dann aber so auch nicht funktioniert. Aber naja, ein paar Minuten noch. Und vielleicht gelingt uns ja irgendwie noch ein kleines Wunder. Und genau das bräuchten wir heute. Denn es sind nur noch ein paar wenige Minuten zu spielen. Das ist Gekeres. Und jetzt nochmal nach oben, weil der Ball wieder verspringt. Daniel Mahlen. Es ist unfassbar Gekeres. Abschluss, Ter Stegen. Und auch der Abbraller ist wieder zu weit weg. Ja, es soll nicht sein. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass es nicht unverdient ist. Weil Wasser halt auch richtig gut im Spiel war. Und mal mindestens genauso wie wir. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber wir haben gekämpft, gemacht und getan. Und das war doch kein Foul. Aber ja, das war's. Wasser ist Champions-League-Sieger gegen uns. Wir schauen uns doch ganz kurz natürlich dann gleich die Siegerehrung an. Und müssen dann als bitterer Verlierer aus diesem Ding raus. Aber wir haben die Meisterschaft und damit unseren einen Titel, den wir wollten. Und haben, ja, Heidenheim nach ganz, ganz oben gebracht. Mit stellvertretend Frank Schmidt als Coach dem FCH. Wir lassen jetzt einfach die Jubelsinn mal so ein bisschen im Hintergrund laufen. Ihr seht ja dann gleich wahrscheinlich auch hier ganz kurz die Siegerehrung. Genauso ist es Marc-André Ter Stegen ist nicht der Kapitän. Ich weiß gar nicht, wer die Binde hatte. Ist aber auch zweitrangig. Wir haben es nicht gewonnen. Glückwunsch natürlich hier an die Katalanen. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Spring to Glory angekommen, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Es ist Matthijs Delicht. Ehemaliger Münchner. Der kennt die Bundesliga und hat jetzt hier einen Bundesligisten, den jetzt amtierende deutschen Meister zumindest hier visuell im Karrieremodus geschlagen. Und wir haben es geschafft. Also macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020